Hey Henry, du studierst doch Medizin und wie man weiß, muss man da unnormal viel auswendig lernen. Wie schaffst du das? Ich benutze Blurting und Pretesting. Moment, Pretesting? Was ist das denn? Beim Pretesting setzt du dich, bevor du ein Thema auswendig lernst, hin und schreibst alles auf, was du denkst, darüber zu wissen. Dadurch primst du deine Neuronen, dir die Dinge schneller zu merken. Okay, und was war das andere? Blurting? Beim Blurting nimmst du dir einen Abend vor der Klausur einen Block und schreibst komplett alles runter, was du noch weißt. Über Nacht prägt sich das dann in deinen Kopf ein.